Entdecken Sie die unglaubliche Vielseitigkeit der Provence. Erleben Sie traditionelle Bräuche, stilles Landleben und geschichtsträchtige Großstädte an der Côte d'Azur. Die Provence ist ein Fleck im Süden von Frankreich, wo sich Geist und Sinne frei entfalten können und wo Sehnsuchtsgedanken vor Ort reichlich Erfüllung finden. Der bekannte Reisefotograf Wolfgang Fuchs nimmt sie mit auf eine fantastische Reise am Montag, dem 25. Februar mit Beginn um 19.30 Uhr im Zentrum in Judenburg. Karten gibt es im Raiffeisenreisebüro, in der Raiffeisenbank sowie an der Abendkasse. Provence, der Duft nach Lavendel.